herzlich willkommen zu meinem neuen video und heute wollte ich mit euch mal eine neue technik ausprobieren und zwar mit faden und farben ihr dürft heute dabei sein wie ich diese technik mal teste viel spaß dabei und nicht vergessen daumen hoch abonnieren und die glocke aktivieren viel spaß und 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.